Die Highlights dieser Partie finden Sie natürlich nach dem Spiel auch auf unserer Zonjunge-Jagd-Karrieren. Wir freuen uns auf. Wir sind die Gäste von Schalke 04 und der VW Stuttgart. Die Aufstellung des VW Stuttgart. Die Nummer 1. Florian Müller. Die Nummer 2. Weile bei Androm. Die Nummer 28. Kobi Alrebel. Die Nummer 39. Leander der Donker. Die Nummer 23. Orel Vangelak. Die Nummer 24. Bona Sosa. Und mit der Nummer 15. Siebers. Die Nummer 24. 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 Vielen Dank, vielen Dank, der Mercedes-Benz-Aleger und den Wiener der Ehrung bei diesem Spiel. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. 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 Vielen Dank.